Ich weiß nicht, wie gesagt, Kollegen haben das meistens immer gemacht im Studio, ich saß nur manchmal mit hinter, aber ich weiß auf jeden Fall, dass wir das gemacht haben. Moin Nation! Ich hab mich da mal zum Recording genommen, im Studio. Okay, warum hab ich davon nie was gehört? Endlich Matter spielen. Das ist schon voll alt, aber voll gut. Ich hab noch nie von dem Programm was gehört, aber ich bin froh, dass ich da hier mit euch gefunden hab. Vielleicht ist es echt besser, es hat schon eine Runde geladen. Scheiße! Ich fick mein Moppet nicht! Ich fick mein Moppet nicht! Nein, ich hab Zagio! Alter, das ist zart. Geil! Ich hab auch richtig drauf, nach dem Motto, wem wollt ihr ficken, guck was ich habe. Ey, mein Nachtsichtgerät geht durch den Helm durch auf einmal. Aber das Rennen ist cool. Das war cool. Was? 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 Super, Alter. Super. Oh, Josef! Jungs! Oh, das war doch. Das ist das mit dieser langen Spur, ja, ne? Ja, das ist auch mit dieser, ja. Oh nein! Verpiss dich auf, das ist ja nicht das Ding hier! Weg, weg! Ey! Kein Problem! Oh! 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 Hier ist nicht schnell fahren, hier ist nicht schnell fahren, ne? Kero, hier musst du nicht schnell fahren. Ich fahr nicht schnell, meine Bremse hat nur gerade zu langsam gesucht. Aber es kann doch nicht. Hier musst du langsam fahren. Ich fahr mal, er fährt richtig schnell, er fährt richtig mit Kette hier. Alter, fahr mal Mutti, Alter! Ich hab überhaupt nichts gemacht, Mann! Du hast mir geschoben, Alter! Stell dir vor, du hättest was gemacht. Wohin? Boah! Das war voll Bullen, Alter! Ha! Geil, Gunnar! Wie ist das? Sehr gut. Wollah, wenn du da hinten dran bist, ist das okay? Ey, ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße, Mann! Wenn du doch einfach gerade aufs Ruder fährst... Was? Kacke! Das ist der Stunt, Alter! Fick dich! Nein, 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 nein! Ah! Na, Uff, da haben wir noch... Ah, ja. Peter, kehre einfach so... Boah, Alter! Das war halt richtig knapp, Alter! Nix, normal! Ich bin mit dem Roller hier! Aber mit dem Roller schaffst du es, glaube ich, besser. Ich bin mit dir. Ja, ja, du stimmst auf jeden Fall. Nee, ich will dich auf jeden Fall. Ey, jetzt fahr doch auf! Fahr doch auf, was das stimmig ist, Mann! Das war echt nicht... Das war die Revanche, Alter! Für was denn? Äh! Für irgendwas! Äh, was? Für irgendwas, genau! Das war's doch nie... Es... Es muss man nicht immer einen Grund geben, für was es der Revanche gibt. Mit dem Fahrgü... Schaffst du's nicht schneller, weil ich mich in die Schreibe. Wie gut, ey! Oh, wie gut, dass niemand weiß, dass ich rumpelstilze geheiß. Nein! Nein! Arto! Was ist mir gut, dass jemand weiß, dass ich in fremde Gärten schreibe? Unser Österreicher! Haha! Ich hätte... Ja, hier ist Sensei. Ich komm da nicht hoch. Versuch's kurz! Verfick der Schei! Mit ein bisschen Weedy, mit ein bisschen Weedy, geht's? Du! Ah! Bis jetzt schon? Echt? Boah, ich muss erst mal meinen Sticksaube machen, okay. Ah, okay. Ist der voll gesabbert, oder? Nee, vom Schwitzen, Alter. Daumen rutscht die ganze Zeit runter. Voll gewichser, Alter. Einfach voll gespritzt! Aber ich fand's am Anfang geil, als würde ich einfach anders vorweig gesagt. Alter, volle Pulle reingeheizt, Alter. Du darfst nicht so schnell fahren, Alter. Volle Pulle! Hä? Ich bin nur... Ich glaub, was ist hier los? Ich glaub, was ist hier los? Es geht mit der Arie, Alter. Hallo! Nation! Was?! Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Mach mal die Scheiße! Das ist ja heftig. Wer ist? Wer ist? Wer ist? Wer ist? Was macht ihr? Ich hab nichts gemacht! Hättest du nicht warten können, bis ich vor bin. Nix, nochmal. Schmeiß doch den Nächsten runter, Dennis. Ich hab keinen runtergeschmissen. Du bist in mir gespawnt bist du. Nein, du bist in mich reingefahren, wo du noch geblinkt hast. André! Ja, jetzt... Halt's mal, bitte. Guck mal hin. Ja, ich seh es doch! Halt's mal, bitte. Guck, Alter. Guck, Alter. Guck, Alter. Bin ich runtergefallen, oder was? Ja, natürlich bin ich runtergefallen, Alter. Warte auf! Oh, Rale, ich komm die näher. Oh! Na, ich mach grad chillig, Alter. Ich hab keinen Bock, hier runterzufallen. Ne, ich auch nicht, Alter. Echt, vorsichtig hier. Ja. Er geht voll Kette, Alter. Alter. Du... Du... Warte, natürlich. Was? Der bleibt aber nicht stehen. Warte, lass mich mal durchschmecken. Jo, Senf, Alter. Was hast du für ein Bike genommen? Oh, Alter. Übel zu breiten Hinterreifen. Das müsste doch für einfach sein. Na, es trüchtet. Es trüchtet, sag ich. Frisch. Alter, jedes... Jetzt ist... Passt genug vom Respawn her, dass das Ding gleich wieder zu macht. Wenn ich da bin, Alter. Dieses Fotzen-Teil. Warte, ich hätte jetzt den Arm durchfangen können. Ich wollte den nicht aufschmeißen. Wien war das ganz gut, ne? Dann hätte ich die Arme durchschmeißen. Ich hab keinen Bock mehr, echt. Das kannst du nicht. Da kommt ein Darm geflogen die ganze Zeit. Josef, bist du das noch? Ja. Ich fliege mal kurz vor dir auf. Rale, fall mal runter. Das kommt jetzt bestimmt witzig. Ich glaube, das ist ja noch gar nicht... Nein! Stimmt. Kann man da jetzt eigentlich gleiten? Es ist ja... Stand drin, oder? Boah. Das ist nicht hoch genug zum Gleiten. Wer ist jetzt hinter mir? Fargo, verpiss dich, Alter! Kommt er da mit nem Fagi oder so? Alter! Jedes Mal bei jedem verfickten Stopp-Shield muss ich anhalten. War weg. Stopp-Shield kurze. Nein, roter Panten. Hau ab! Mata rum, ich ja das küschtet noch kurz weg. Das hat bitte viel... Affekt, ja. Das ist schon gut. Wer wohl ist über... Dennis, gehst du durch! Wo? Ey! Boah, Alter! Josef! Das hast du nicht anders verdient, Junge! Na! Ich hab jetzt nicht da mal stark aus Gas gegeben. Das war die Strafe. Kriegst du jetzt Gehörer, pass auf. Was war das jetzt? Oh, Dennis! Nein, runtergefallen, Alter! So'n Dreckscheiß! Nichts! Nein. Nichts! Nichts! Das ist alles. Nein! Nein! Was ist das? Ich verstehe! Was machst du da, Sebastian? Fackier dich! Fackier dich! Fackier dich! hier kannst du vollspeed geben ja ist egal ist egal du fällst genau gerade manche ganz selten fliegst du manchmal geradeaus hoch sonst kannst du direkt wenn du mit dich bist vollspeed ich hab gerade angefangen zu lenken deswegen muss ich bin auch fünf mal nach oben gesprungen was da nur nicht lenken kein problem ist gelenkt alles klar das hast du schon mal geschafft ja aber ich habe kein ja jetzt von dem hoch doch auch ein klar aber ein moderner was gut viel spaß doch gut wenn sie so musik und zuerst aktivieren hat nur vor noch mal ich bin weil ich hatte wieder zu lenken auf mann Nein! Kralle? Kralle? Was ist mit dem Audio-Format? Hab ich dir aufgenommen? Auch MP3? Mit Sicherheit. Was, äh, im Studio? Ja, ja. Ja, wir haben es meistens später dann MP3 umgewandt, äh, also gespeichert. Ja, was war für eine fertige Datei? Ich glaube Wave, weil Wave ist, äh, größer und, ähm, die, die Aufnahme ist auch viel sauberer. Ja, die hat bessere Qualität, aber bei mir ist gar kein Wave drin gestanden jetzt in der Dateien, eben, Dateien verzeichnet. Ich weiß nicht, wie gesagt, Kollegen haben das meistens immer gemacht im Studio. Ich saß nur manchmal mit hinter. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass wir das gemacht haben. Moin Nation! Aber die Datei ist halt sehr viel größer, ne? Ja, klar, ja, das ist normal. Weil ich glaube, normal als MP3-Lied sag ich jetzt mal so um die 2,6 MB oder so. Und bei Wave ist es dann ungefähr so 10 oder so. Ja, ist schon. Da gibt's viel, aber natürlich hört man das dann, eine Aufnahme. Naja. Ja, gut, bei mir ist es gar keine Wave-Dateil-Möglichkeit. Auch so und so weiter waren die letzten. Ich darf mal schauen, ob da was geht oder noch. Da fliegt da rum mit seinem Helm. Das hat sich ein Knitt. Ich kann das rennen ruhig beginnen, wenn du willst. Tap into a rich pool of online resources. Das ist schon mal gut. Nein! Nein! Mann, Alter! Fuck! Weißt du, wie lange das gedreht hat? Ist ja direkt vor mir gespawnt, Alter. Ich bin nicht. Das Programm wurde eventuell nicht richtig ins. Ich fahr da seit 2 Minuten. Schnack nicht, Alter. Du fährst eh nicht seit 2 Minuten. Seit 2 Minuten häng ich da. Häng ich da. Ja? Ich fahr da hinten hoch. Nein! Oh! Weißt du, wie lange das dauert mit dem scheiß Fahrradio-Wichs-Roller da? Was mache ich denn da, Alter? Das war Sinn. Na gut, ich habe ja kein eigener Hard-Drive für das Programm. Du sprich nur bei der Trial-Warsion-Park. So. Und wie weit wäre es noch gewesen, bei uns? Nicht mehr weit. Na, geil. Ich weiß es nicht. Es wäre vielleicht noch weit gewesen. War noch weit. Schade, ich dachte, ich kann dir schaffen zu gleiten. Nein, ich schaff doch nicht. Mp-3-Dateien, nur auf 60 Sekunden, glaub ich. Weißt du, was es jetzt kostet? Der nächste stand gerade vorm Ziel, bin wieder umgedreht, bin runtergesprungen, hab geguckt, ob man gleiten kann. 2,49 Dollar. Na super, Jungs, ihr hättet wenigstens noch Wagen sehen. Ja, eben hieß es doch noch, wir können reinfahren. Wenn ihr mich da schon runterkickt. Wieso werde ich dann runtergekickt? Ja, was? Oh, zum ersten Mal hab ich das geschafft. Was dauert noch so mega lange zu laden, Alter? So. Oh, das ist das, was. Oh. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hallo? Was ist denn hier los, Alter? Will Telekom mich irgendwie verarschen, Alter, diese Ficker-Kinder?